So. Kann er eigentlich die anderen Geheimorganisationen ausschalten oder dann übernehmen? Ich kann die anderen Geheim... Moment. Auf diese Frage kann ich andere Geheimorganisationen ausschalten. Also ich kann ihre Kontrollpunkte destabilisieren und kann auch Ratsmitglieder von denen töten als Mission. Dafür brauchst du halt auch die richtigen Leute, um die zu rekrutieren. Aber das ist ein Problem der Zukunft, sag ich mal. Vor allem, weil die ja alle eine andere Ausrichtung haben. Ähm... So, was wollte ich machen? Wir haben ein bisschen mehr Kontrollpunkte, aber die wollte ich jetzt gar nicht verwenden für irgendwas. Also, was tue ich? Gute Frage. Ich könnte auch mal wieder eine Direktinvestition machen. Um den Boost zu erhöhen. Also die Produktion von Boost. Weil es sind ja immer hier, äh, Werte, die erreicht werden und dadurch geht dieser Bereich eine Stufe hoch. Na? Nicht abstürzen. Verdammt! Ich wusste es, ey. Ich spiele gerade erst wieder gestartet. Und das ist natürlich total unpassend. Und ich hoffe, dass der Autosave funktioniert. Tut mir sehr leid. Es bleibt halt immer noch Early Access. Auch in der Preview-Version. Also, durch den Absturz, äh, haben wir ein bisschen Zeit wieder verloren. Ach, der, oder der speichert jeden Monat, weil erster Juni ist. Ist auch egal. Ich bin auch irritiert. Hatte ich nicht vorher noch mehr Kommandopunkte? Was ist denn zuerst passiert? Nordkorea und Japan haben die Rivalität beendet. So, eine Station gründen dauert ja eh immer noch. Ich hab, hatte ich, ich hatte die Direktinvestition gemacht, die jetzt natürlich fehlt. Komischerweise, ich, hab ich nicht auf dem Boost vollen 0,828 gehabt. Ich mach jetzt einfach noch mal dasselbe. Irgendwie hab ich auch mehr Geld als vorhin. Was ist denn zuerst? Ah, es war zu der Zeit, wo ich gerade versucht habe, die USA zu beeinflussen. Immer stärker. Wir machen unseren Appell. So, wir hatten den gehabt, der die, äh, Xenogeschichten auch angreifen kann. Du kannst mal die Standorte überwachen. Ah ne, da haben wir noch nicht den Wechsel gemacht. So, Abo entlassen. Ihn einstellen. Und er kann außerhalb der Lebensformer angreifen. Los. Hallo Imperator, ich bin startbereit. Da übrigens auch noch der Fehler, dass wenn du hier schon den Kontrollpunkt beschädigt hast, ähm, wird das immer noch in der Übersicht angezeigt, dass du da immer noch einen Kontrollpunkt beschädigen könntest. Wäre natürlich auch in der Hinsicht, wenn der, äh, in dem Verlauf der Early Access Phase, dass das nicht mehr angezeigt wird. Weil, was, es gibt ja keine weitere Mission da vor Ort. Wird halt die Usability verbessern. So, wir sind in der Lage, das Projektversorgungsstation in Angriff zu nehmen. Erlaubt dem Bau folgende Habitatmodelversorgungsstation. Ja, schön und gut. Viktor 3 ist in einer erdnahen Umlaufbahn. Erlaubt die folgende Schiffskonstruktion. Molybden, 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 äh, Molybni, mein Gott. Molybden, Molybdener, ne. Molybdenrohr. Molybden, das ist der richtige Wort. Äh, Molybdenkühler. So, Ufo stürzt in Brasilien ab. Ja, das ist natürlich ein Explorer-Game. Deshalb kann es auch alles. So, Alien-Megafauna wütet durch Quetta. Ein massiver Auswuchs an Alien- und Erd-Megafauna wütet in der Region Quetta. Pakistan tötet Zivilisten und beschädigt Infrastruktur. Nur in militärische Interventionen kann es noch aufhalten. Das passiert nämlich, wenn du dich nicht gegen die Flora und Fauna, ähm, gegen diese Übernahme, einsetzt, dann entstehen solche Monster-Kreaturen. Die dann versuchen, äh, die Region zu übernehmen, beziehungsweise zu destabilisieren und Zivilisten zu töten und der Wirtschaft zu schaden und so weiter und so fort. So, dann machen wir mal eine dauerhafte Zuweisung in den USA. Hatte Pakistan nicht schon eine Armee hingeschickt? Ja, hatte sie, aber anscheinend war die ja nicht sehr erfolgreich. Mission ist ein No-Go. Alleine unerlegte Angriff auf Aim-Mestamm ist und abgebrochen. Dies kann auf Freiwegerbasis passieren oder dann vorkommen, wenn die Missionen anderer Ratsmitglieder davor sorgen, dass das Ratsmitglied diese Mission nicht mehr durchführen kann. Das war nämlich genau hier in dem Bereich. Er sollte ja nämlich jetzt zuletzt wirklich, ähm, die austrische Lebensform ausschalten vor Ort. Aber es ging natürlich jetzt nicht mehr, weil die sich schon verwandelt hat. Warum stößen Andor und Ufos ab? Die wollen das, weil das eine Manipulation unserer, unseres, äh, ja. Vielleicht haben sie ein Problem mit unserer Atmosphäre. Das war's, äh, ja. Die Alien sind verwirrt, weil sie keine flachen Planeten kennen und deshalb stürzen immer ab. So, die pakistanische Armee bewegt sich in Richtung der Alien-Mega-Fauna. Wir schauen mal, ob die sich hier überall vielleicht doch ein bisschen mehr ausgebreitet haben. Wir haben keine Ziele für unsere Nuklear-Waffen. Noch nicht. Auf den Überblick. Ein gewaltiger Hurrikan hat die Willems-Stadt-Region in der Benelux getroffen. Der Schaden ist möglicherweise katastrophal. Wir können ihn begrenzen, indem wir das Gebiet mit finanziellen Metälen unterstützen. Geht nicht, weil uns fehlen da auch die Operationen. Weil es so zufällig, ob die Ainz in neuen Spielen durchlaufen, auch friedlich sein können. Das würde den Sinn kaputt machen. Ich glaube nicht, dass die Aliens in irgendeiner Form friedlich sein können, dass wir das gesamte Spielkonzept zerstören. Unsere Grund ist unjustiftbar zu ihnen. Die Leute kommen zu unserer Seite. Wir werden bald für neue Ordnern bereit sein. Bei den Nummern! So, erfolgreich Angriff auf Alien-Bestand. Unser Angriff auf ostländische Lebensform in der Vancouver-Region war erfolgreich. Wir denken, dass wir die invasive Flora in Fauna vollständig ausgelöscht haben. Wir werden bald bereit sein, dass wir die neue Ordnern bereit sein können. Eastland unter Kontrolle von die Schutzherrschaft und Portugal haben ihre Allianz aufgelöst. Die Ainz haben in Frankreich schnell an Popularität gewonnen. Vielleicht sollten wir... Danke für nichts. Danke für nichts. So, wir gehen nach Pakistan. Ähm... Ja, du machst weiter hier. Boah, das Alien ist einfach weitergelaufen. Oh, das ist einfach. Setting watch. Ready for autos. Termination. Terminating the opposition. Initiating surveillance. So, wir können theoretisch eine Plattform bauen. Eine Sonde nach Luna können wir noch nicht schicken. Sonst würde das nämlich hier unten angezeigt werden. Weil die Mission für Mission zum Mond, das muss erst erforscht werden. Aber Mission zum Mars wurde zwischendurch erforscht. Wobei, da komme ich anscheinend noch nicht hin. Das sind übrigens Phobos und Deimos, die beiden Monde vom Mars. Naja, sagen wir es, es sind eigentlich keine Asteroiden, die er eingefangen hat mal irgendwann. Weil die sind nicht sehr vergleichbar mit unserem Mond. Mit Ende kann man übrigens die Umlaufbahnen ausblenden, wer das nicht sehen will. Wer nicht daran glaubt an Umlaufbahnen, kann die Umlaufbahnen auch ausblenden. Tja, umso höher ich will, umso mehr Boost brauche ich. Da ist übrigens die Sache, das wird nämlich im Spiel nicht so richtig erklärt. Welchen Vorteil oder Nachteil das hat, wenn du in der Erdnern-Umlaufbahn bist oder in der zwischenliegenden? Wir können mal eben kurz hier reingucken, aber ich glaube, das wird ja nicht erklärt. Weltraum-Stationen sind das Standbein der Menschheit im All und entscheidend zur Industrialisierung des Weltraums und zum Aufbau einer Kriegsflotte. Stationen bestehen aus Modulen, die Boni für Forschung und andere Ressourcen liefern und den Bau von Schiffen und zusätzlichen Modulen ermöglichen. Mission Control, Plattform, Core-Module, ja dann sollst du sie rauszoomen. Wenn die Nationen nicht mehr zu sehen sind, dann sollst du auf den Planeten klicken, weil dann kommt das Icon, das du in den Plattformen brauchst kannst. Ja, es dauert mehrere Monate, um die Plattformen bereitzustellen. Wir werden jetzt einfach mal in der zweiten Erdnern-Umlaufbahn eine Station hochschießen, beziehungsweise eine Startplattform. Die Imperialen hat am Standort Erdnern-Umlaufbahn 2 mit dem Bau eines neuen Habitats begonnen. Die Brenus-Station. Man kann zwar schon was sehen, aber das ist halt noch nicht produziert. So, und hier werden übrigens schon monatliche Unterhaltskosten angegeben. Wobei ich natürlich gar keine Ressourcen habe, wie Wassereinheiten. Und das verwundert mich am Spiel, weil du kriegst sie ja nirgendwo her. Oder ist das vielleicht... Na, vielleicht wird es ja gleich erklärt, soweit das Habitat steht. Weil du bekommst diese Ressourcen eigentlich erst, wenn du zum Beispiel auf dem Mond anfängst... Minenarbeit... Also, wir sind mal Minenstationen zu bauen, oder Habitate. Und da kannst du dann, sag ich mal, Wasser herstellen und... Äh, flüchtige Substanzen... Ich wollte jetzt nicht Erdgas sagen, weil es ist, glaube ich, nicht Erdgas. Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Schwefel, Chlor, Phosphor... Und dann zahlreiche Wasserstoffverbindungen. Mission abort! Wir sind hier in Kontrolle. Das Größenverhältnis Mond zu Erde ist übrigens einzigartig in unserem Sonnensystem. Das muss... So muss es heißen. Wobei wir andere Planeten haben, die auch einen sehr großen Mond haben. Aber dann... Ist das natürlich eine andere Synergie mit der Umkreisung. Weil ich glaube, nämlich Pluto hat auch noch Begleiter, die sehr groß sind im Verhältnis zur Größe von Pluto. Obwohl Pluto natürlich ein Zwergplanet ist. Ihr habt da wahrscheinlich gemerkt, dass ich mich entschieden habe, das Projekt ein bisschen länger zu verfolgen. Auch wenn es ein ziemlich zeitaufwendiges Projekt ist. Weil es einfach sehr lange dauert. Habe ich ja schon erzählt. Na, da soll es eigentlich nicht hin. So, Agenden können wir übrigens auch in den Orbit bringen. Ich denke, du musst die Ressourcen und auch Kapazitäten deiner Booster... ...bewirtschaften. Das ist übrigens ein super, super Tipp von Blackfoss. Das kann nämlich wirklich sein, weil die Booster-Kapazität hat abgenommen schon. Du musst die Ressourcen selbst wahrscheinlich ins All bringen. Und dafür brauchst du Booster-Kapazität. Danke, Khadgar, für deinen Prime-Sup. Vielen Dank. Aber es ist schön, dass halt die Shithole-Engineering-Welt überfallen wird von den Aliens. Okay, in Kanada sind sie auch gelandet. Danke, Johnny, für deinen Prime-Sup. So, die Erde zu verlassen ist eine Sache. Nahgelegene Welten zu chronisieren ist eine andere. Die unendlichen Weiten des Weltraums zuverlässig und schnell zu durchqueren ist wiederum eine weitere und vielleicht die am schwierigsten zu lösende Aufgabe. Unsere derzeitigen Raumfahrzeuge und Triebwerke sind dazu nicht in der Lage, zumindest nicht für eine sinnvolle Zeitspanne. Das größte Hindernis ist der Treibstoff, denn unsere derzeitigen Quellen sind sowohl durch die Lagerung als auch durch den Antrieb begrenzt. Die besten Ingenieure und Physiker der Welt haben lange daran gearbeitet, dieses Problem zu lösen. Und sie glauben nun, dass uns ein Weg zur nächsten Generation der Antriebssysteme offen steht. Dabei wird vor allem die Effizienz erforscht, die Erhöhung der Geschwindigkeit und die Langlebigkeit des Treibstoffs bei gleichzeitiger Verringerung von Verschleiß und Schäden an den Antrieben und Düsen unserer Schiffe. Nachdem die grundlegenden Konzepte nun feststehen, halten unsere Forscherinnen und Forscher drei Wege für möglich. Elektromagnetische, elektrostatische oder elektrothermische Antriebe. Alle haben ihre eigenen Vorteile und werden von früheren Entdeckungen in anderen Bereichen abhängen. Alles immer Zwischenforschung. Entlaubungsmittel für Xenoflora in Angriff zu nehmen. Unsere Ratsmitglieder und Armeen verursachen 25% zusätzlichen Schaden beim Xeno-Forming. Ayn versuche Xenoformen in unserer Region zu errichten, erleiden eine Strafe von minus zwei. Wir haben die Kugel geändert. Unsere Grund ist nicht zu verantwortlich. Die Erhöhung war zu stark. Wir haben alles abgeholt. Aber Indien scheint seinen Alienbestand zu mögen. So, die Strikeforce von, ähm... Von Pakistan hat gewonnen. Jetzt bin ich übrigens irritiert, weil es gibt ja noch weitere Bestände. Die Nation muss erst stabilisiert werden, damit ich überhaupt in der Lage bin. Ähm... Da die Flora zu zerstören. Die Nation ist so destabilisiert. Initiating recon. Ready Targeting their key people Standing by Turning up the heat Why can't you do that? Overwatch Ah der ist risikoscheu Deshalb darf der nicht Geil der kann Unruhen reduzieren Traut sich aber nicht in Regionen Die einen Wert über 6 haben Bei ähm Unruhen Geiler Typ ey So wir haben August Wir sollten unsere Interessen verteidigen In United Kingdom Weil das zählt ja eh nur bis 31 August Zahn So Hält bis Februar jetzt wieder Ha Benelux wurde nach dem Abschluss eines Kleinsatz Abschluss eines Kleinsatz Abschluss eines Kleinsatz Abschluss eines Kleinsatz aufzubauen. Und wer herrscht, ich herrsche da. Es geht in dem Spiel darum, dass Außerirdische auf dem Planeten Erde landen mit wahrscheinlich bösen Absichten und du eine Untergrundsorganisation hast, die Kontrolle versucht, beziehungsweise versucht Kontrolle zu bekommen von Nationen und mithilfe dieser Nation dann diese Außerirdischen zu bekämpfen langfristig und das Sonnensystem zu besiedeln. Ok, da können wir Ressourcen in die Erde verkaufen. Wahrscheinlich ist das mit dem Transfer gemeint. Das kann ich mir alles nicht leisten, weil da brauche ich auch wieder Boost für. Da siehst du mich, Bau auf der Erde kostet mich 16,8 Geldeinheiten und 1,5 Boost. Wenn ich das im Weltraum bauen würde, 0,3 von den flüchtigen Gasen, Metalle und von seltenen Metallen, glaube ich, ist das hier. Edelmetalle, aber haben wir ja nicht. Und durch diese Labor und so weiter können wir natürlich unsere Forschung pushen in gewissen Bereichen. Das ist immer alles prozentual gesehen, wie hier das Raumfahrt gepusht wird. Und das andere mit dem Kabel ist übrigens das Energiezeichen. Wir müssen erstmal einen Solarkollektor haben und der produziert nämlich dann Energie für die Stationen. Also geht es noch ein bisschen weiter auf der Erde Sachen übernehmen. Wir glauben zwar unseren nächsten Nachbarn gut zu kennen, aber unsere Besucher auf ihm waren weit auseinander und flüchtig. Der Mond ist ein idealer Zwischenstopp für Missionen zu anderen Welten im Sollsystem und birgt selbst grenzenlose Ressourcen. Es ist also höchste Zeit, dass wir versuchen seine karge Oberfläche längerfristig zu besiedeln. Die dortigen Vorkommen an seltenen Erdmetallen und Wasser wären sowohl für die Besiedlung des Mondes als auch für den Bau von Orbitalstationen von großem Nutzen und würden uns von der Notwendigkeit befreien, wichtige Ressourcen teuer und langsam von der Erde zu holen. Der Mond mag nicht so verlockend erscheinen wie der Mars, die Venus oder andere Planeten, aber wir wären dumm, wenn wir die wundersamen Möglichkeiten, die er uns bietet, einfach verspielen. Es wird jedoch nicht einfach sein, die jahrzehntelangen internationalen Vorschriften für seine Nutzung zu entwirren. Er ermöglicht das Senden von Sonden auf Erdmond und die Konstruktion von Habitaten auf der Mondoberfläche. So. Tja, theoretisch sagt er mir an, ich könnte eine Sonde starten. Praktisch, aber nicht so gerade. Vielleicht war ich auch noch... Die Sonde brauchen wir nämlich erstmal, um mögliche Stützpunkte zu erkunden, obwohl man die hier schon sehen kann. Da dreht sie die Erde. Wie lange ist das noch haltbar? 16. September. Ich bin da. Die Menschen sind die Sicherheit für unsere Menschen. sprechen Sie gehen. Dann B Посchenken. Ich bin da. das bringt plus zwei kommando ne plus eins kommando plus zwei sicherheit und plus zwei operation im monat kauf bestätigen endlich generieren wir mal operation on overwatch i'm here du störst einfach die andere fraktion und der brennungsstation kann jetzt auch nichts verändern vielleicht kann ich jetzt die sonde schicken weil ich weiß dass die sonde nicht viel boost kraft braucht nach dieser ist auch limitiert die können acht stationen halten in der umlaufbahn pro umlaufbahn acht stationen ach wenn das mal in der realität so eng wäre wir haben zwar auch inzwischen schon sag ich mal ein problem mit unserer mit unserer umlaufbahn so ein paar sind wirklich überlaufen von der erde surveilling target area kannst du später auch länder zusammenlegen angeblich äh ja wobei das habe ich noch nicht versucht oder ja durchgeführt so frieden zwischen ukraine und russland war das exodus projekt beide unter kontrolle hat 26 august 2023 wäre schön wenn es schon ein bisschen früher dazu kommen würde so das ist übrigens alles abgeschlossen weil es grün ist also eigentlich ist tutorial technisch sind wir nämlich durch das ist der gag jetzt gerade dran we'll be ready for new orders soon we'll be ready for new orders soon totale welterschaft geht ja nicht so schnell so du versuchst allen bestand zu zerstören weil hier hat's wir sind wohl eine nation weiter gehüpft exodus projekt hat sich russland gekreilt exodus projekt hat sich russland gekreilt exodus projekt hat sich russland gekreilt die unterstötzung ist immer noch zu gering Was die aliens so genau wollen, weiß man noch gar nicht. Sie sind einfach erstmal da. Ich kann mal gleich gucken. So, Vereinigtes Königreich, Verbündeter. Das ist ja alles richtig. Uneinig sind übrigens alle, die noch von keiner Fraktion besetzt sind, wie zum Beispiel auch China. Was China natürlich auch ein ganz schöner Batzen ist. Die Menschheit ist halt in Nationen aufgeteilt. Das wird halt nicht von jetzt auf gleich weg sein. Obwohl er nicht gerade ein attraktives Zuhause ist, gibt es in unserem Sonnensystem keine bessere Chancen, für eine mögliche Besiedlung als unseren roten Nachbarn, den Mars. Er hat keine atembare Atmosphäre. Das Strahlungsrisiko durch die galaktische, kosmische Strahlung und die energiereichen Teilchen der Sonne ist extrem hoch. Der Boden ist voller Giftstoffe und die niedrige Schwerkraft wird Knochen- und Muskeln schwächen und Herz-Kreislauf-Probleme verursachen. Hinzu kommen die Kälte und die mangelnde Versorgung mit Wasser. Und da die Reise in beide Richtungen Monate dauert, zumindest bis wir große Fortschritte in der Raumfahrttechnologie gemacht haben, würden nur die mutigsten und härtesten Pioniere dieses Wagnis eingehen. Doch wenn die Menschheit jemals die Sterne erforschen, sich auf weiter entfernte Planeten ansiedeln oder unsere außerirdischen Besucher zu ihrem Heimatplaneten zurückverfolgen will, gibt es einfach keine Alternative zu Mars. In Bezug auf Temperatur, Sonnenlicht und schlichte Nähe kommt kein anderer Planet in unserem System an ihn heran. Unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind jetzt zuversichtlich, dass die Ansiedlung einer kleinen Anzahl hochqualifizierter Personen möglich sein wird, und zwar dank einer Kombination aus hochkomplexen Lebenserhaltungssystemen und bestimmten Xianobakterien, die selbst auf der lebensfeindlichen Mars-Oberfläche Photosynthese betreiben können. Letztere können, wenn sie in ausreichendem Umfang gezüchtet werden, vor Ort sowohl Nahrung als auch Sauerstoff erzeugen und die Vermehrung komplexer Organismen ermöglichen. Ausgehend von diesem Grundbaustein wird sich langfristig Leben auf dem Mars entwickeln. So, können jetzt Sonden zum Mars und zu Asteroiden im inneren Sonnensystem, so wie die dortigen Konstruktionen von Habitaten, sind ermöglich. Er ermöglicht die Erkundung und den Bau an den Lagrange-Punkten zwischen Sonne und Erde, so wie an Asteroiden in der Erdumlaufbahn. Äh, Lagrange-Punkte? Oh, ja. Das ist ein Punkt, glaube ich, wo die geringste Menge an Kräften wirkt auf das Objekt. Lass mich nicht lügen, ich hoffe, die Erde hat drei. Also in Orte, wo eigentlich theoretisch in einem System, wo oben und unten ist, ein Objekt an einem Punkt verweilen kann, ohne sich großartig zu verändern. Das ist ein Lagrange-Punkt. Ich hoffe, ich sage es gerade nicht falsch. Es ist schon ein bisschen was her, dass ich mich damit befasst hatte. Das ist nicht nur zwischen der Erde und Sonne, weil das hier sind auch die Lagrange-Punkte zwischen Erde und Mond zum Beispiel. So was gibt es zwischen mehreren Himmelskörpern. Das James-Web-Teleskop ist nämlich auch so ein Punkt, genau. Ich habe es nicht falsch erklärt. Jetzt werden im Chat andere Erklärungssachen gemacht. Das ist alles, geht ja alles in die selbe Richtung. Das ist auf jeden Fall eine ganz interessante Sache eigentlich. Danke, Arrow, für dein Prime-Sub. Perun, erhalte Missionen, öffentliche Kampagnen, monatliches Einkommen, plus eins Missionen, Forschung, plus zwei Militär und plus fünf auf soziale Forschung. Wir befinden uns nicht mehr eine powerful Nummer, und wir sehen uns, wie wir uns die Kurk-Rκunst machen. Wir versuchen, es hat uns die Kurk-Rocke-Archung. Und ich kann das schon anschauen, ja manchmal in die Kurk-Rocke aufklicken. Und dann ist es wieder rein. Bis zum kleinen Schritt, ein Klein-Brüter-Vertrum, hast du schnell gedacht. Das ist gerade noch so insettet. Das ist genau das zu mir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, die hat die Mission jetzt durch diese Organisation dazu bekommen. Da steht ja vom Kontrollpunkt Australien haben bzw. ein dort einheimisches Ratsmitglied. Und eine Aktivität untersuchen Standorte überwachen. So, da kriegst du einen Spionagepunkt dazu. So, da hinten und rein, dann die Watchmen. So, da ist das Ratsmitglied. Wo kommst du überhaupt her? Washington, Vereinigten Staaten von Amerika. Nationale Heldenfigur. Plus drei Überzeugungen in seiner Heimatregion. Dann lassen wir dich mal eben noch ein bisschen weiter XP sammeln. So, du kriegst auch einen Punkt N überzeugen. Wer tut das übrigens so einen Unsinn? Monatliches Einkommen 1. Was willst du mit 1? I will tell our story. Ein Geld mehr als kein Geld. Ansichtssache. Wir schauen uns mal ein paar andere Ratsmitglieder an, weil wir können ja inzwischen auch welche festnehmen. Ach verdammt, ich wollte ja auch mal gucken, ob man wirklich Irland und äh... England zusammenführen kann. Zu einer Nation. New Regime is in place. Jetzt haben wir einen Putsch gemacht und haben Kambodscha übernommen. Und ich glaube, ich habe das nur übernommen, weil es ein entscheidender Erfolg war. Also der Wurf sehr gut war. Erinnert mich daran, dass ich ja wirklich früher einen Azubi hatte, der aus Kambodscha kam. Kinder werden zur Seite wieder aufgerufen. Wir waren es gut. Wir haben ihre Säge so einen tidigen. Die Menschen werden zu versuchen, wir respektieren. Wir verraten die Romans für assimilierende, oder zu exterminieren, aber insbesondere nach anderen Nationen. Aber wir sollten nicht vergessen, dass ihre Siege weapons sind terrible, waren etwas zu sehen. Wissenschaftler aus vielen Teilen der Welt verstehen Massenantrieb nun. Unabhängig von den technologischen Fortschritten, die wir noch machen werden, wird unsere Fähigkeit, zu den Sternen zu reisen von Natur aus durch das begrenzt, was der menschliche Körper aushalten kann. Bei den abgebauten Rohstoffen besteht jedoch nicht die Gefahr, dass sich die inneren Organe während des Hochgeschwindigkeitstransports verflüssigen. Massenantriebe verwenden elektromagnetische Beschleunigung, um unbemannte Fracht mit atemberaubender Geschwindigkeit durch den Weltraum zu schleudern, indem sie die Ladung wie ein Katapult aufladen und dann abfeuern. Ein Katapult, das mit riesigen Mengen an Elektrizität betrieben wird und seine Schüsse über Millionen von Kilometern abfeuern kann. Massenantriebe sind zwar nichts Neues, aber unsere jüngsten Durchbrüche versetzen uns in der Lage, sie sofort mit weitaus größeren Energiemengen als je zuvor zu versorgen und so den schnellen Transport exponentiell größerer Masse über lange Strecken zu ermöglichen. Die unmittelbarste praktischste Anwendung der Massenantriebe besteht darin, wichtige und wertvolle Materialien, die von Osteoiden und anderen Himmelskörpern abgebaut werden, mit minimaler Verzögerung zurück zur Erde zu transportieren. Total super, wir beschießen die Erde einfach mit den Materialien, die wir woanders abbauen. Diese Technologie kann unsere Fähigkeit, unsere eigenen Ressourcenvorräte aufzufüllen und zu erweitern, grundlegend verändern. Weitere Forschungen sollten es ermöglichen, das Prinzip der Massenantriebe zu verfeinern und sogar zu verkleinern, in der Hoffnung, dass sie in Waffen integriert werden können, die eine verheerende Wirkung haben. Technologien können erforscht werden, Weltraum, Bergbau und Veredelung. 20. Oktober, dann haben wir endlich mehr Kontrollpunkte. Wobei, ich gebe auch für die USA andere Länder auf. So, ich gehe mal nationale Strategie und gucke mal, ob ich da Föderationen bilden kann zwischen Irland und England. Das sind alles, also bis jetzt sind alle Forschungen, die hier erwähnt werden, theoretisch realistisch. Also sie haben hier darauf geachtet, genau deshalb finde ich, dass The Expense das naheliegendere Modell ist, zu diesem Spiel hier, weil einfach die Forschung in dieselbe Richtung geht. Ufer abgestürzt in der Ukraine! Buschkrieg. Tief verwurzelte regionale Differenzen in den Staaten der großen Seen führen zu offener Gewalt. Auch wenn sich der Kampf auf das Territorium der Staaten der großen Seen beschränkt, wird der Kollateralschaden immer größer werden. Wir versuchen einen Waffenstillstand auszuhandeln, bevor der Konflikt außer Kontrolle gerät. Nach langen Verhandlungen konnten wir alle Seiten davon überzeugen, abzuziehen. Niemand ist mit der Übereinkunft glücklich und die Spannungen, die zu dem Konflikt geführt haben, bleiben weiterhin bestehen. Aber eine Übereinkunft, mit der niemand glücklich ist und bei der niemand stirbt, ist eine gute Übereinkunft. Ich weiß eh nicht, was ich hier in der Region will. Eigentlich gar nichts. Nation aufgeben. Im Sudan abgestürzt. Angelegenheit ist in unserer Richtung. Die Menschen kommen zu unserer Seite. Wir gewinnen ihre Harts und Minden. Warten abgestürzt hier. Angelegenheit complete. Ja, Vereinigung, Unabhängigkeit gewährend, Gebiet abtreten. Das ist übrigens genau die Sache, wo ich mich frage, ja, was sollst du machen? Gains fliegen Millionen von Kilometern, um dann sich abstürzen zu lassen. Macht ja Sinn. Die Europäische Union unter Kontrolle von der Akademie und die Deutsche Demokratische Republik haben beschlossen, sich zu einer einzelnen Nation zu vereinen. Was? Oh mein Gott, die Europäische Union besteht aus Deutschland und Frankreich. Also geht ja die Vereinigung doch... Uah, schreckliche Zukunft. Warum darf ich sowas nicht machen? Aber so sparst natürlich Kontrollpunkte ein. Musik 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 Hm. Belarus und Russland haben sich vereinigt. Keine Überraschung. Ach, das Spiel ist so realistisch. Ah, das sind übrigens Sachen, habe ich selbst noch nicht hingekriegt, dass die Nationen vereint mit mir. Wobei natürlich hier England und Irland schon eine Kombination wäre, aber ich musste Irland ja dann rauskriegen aus der EU. Ich glaube, ja, stimmt. Ich muss, das ist mein Fehler. Ich muss die nationale Strategie festlegen, rüber gehen als Einfluss und muss die erstmal aus der EU rauskicken. Wenn's denn geht. Föderationen verlassen dann. Und in den Benelux hier ist dasselbe. Nein! Ach, scheiße. Ach, bin ich doof. Ja, bei Kosten. Ja, bei Kosten. Labor für Militärwissenschaften. Versorgungsstationen. Die brauche ich noch nicht. Die brauche ich später für Schiffe. Vermöge ich der Fraktion, Außenposten zu erzählen, äh, zu machen. Aber es war die DDR. Ja, komischerweise, äh, hieß Deutschland jetzt nicht Deutschland. nicht Bundesrepublik Deutschland. We're weaning their hearts and minds. Äh, das Vereinigte Königreich gehört nicht mehr zur EU. Mission complete. So, Europäische Union verlassen. Ich bin, bis jetzt aus. Das ist ein, was in der Hauptsache. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich will versuchen den Publikum. Ihr vereinigt? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Moment Ich vergesse immer den permanent einzusetzen vor Ort Mal gucken, ob ich jetzt wirklich einen Zusammenschluss anstreben kann Ich beherrsche ja so gesehen beide Nationen Public opinion remains unmoved Our case remains unheard Our cause is unjustified to them Policy direction complete Ich kann eine Föderation mit Irland gründen So Sie sind in der Dauer auf der Allianz und teilen finanzielle Mittel für die Raumfahrt und Boost Bestätigen Am 4. November 2024 können die sich mehr annähern Also kann ich unter dieser Schirmherrschaft theoretisch die irgendwann zusammenfügen So ist das Du machst erst Föderation und dann kannst die irgendwann zu einem Land zusammenpatschen Mission complete Da hat der Brexit sich wahrscheinlich doch noch gelohnt Vergiss Island nicht Äh Ja wenn es sein muss On my way to the capital Time to make our move At your service Jetzt habe ich die Ufa-Abstürze nicht untersucht Public opinion remains unmoved Public opinion is moving in our direction Aber die können zum Beispiel in keine Föderation treten Complete Der Ziel-Nation oder Föderations-Nation beitritt Ein Föderationsmitglied muss über einen Gebietsanspruch in einer Region der Nation Der es sich anschließt verfügen Rapping up here Und Island kann auch keiner Föderation beitreten Das finde ich wirklich ein bisschen irritierend Weil wie kriege ich einen Gebietsanspruch Oder muss ich ausgehend von London gehen und das als Ziel setzen Diese Info-Dinger hier brauchen wir übrigens nicht Das sind nämlich richtig schlechte Dinger Projekt abgeschlossen Außenposten bauen Effektivität von Schiffsantrieben erhöhen Ja ich wollte jetzt gerne nach den skandinavischen Ländern mal gucken Da muss ich mich aber erst Reinmogeln Und Portugal können wir auch mal aus der Europäischen Gemeinschaft rausziehen Heading to the capital We will see what we can find Achso da mögliche Besserungen der Beziehung 15. Oktober 30. Oktober Und dann kann die wahrscheinlich In die Föderation mit eintreten Aber hier ist das zum Beispiel nicht drin Weil da wäre eigentlich eine Info ganz gut zu sehen Wann ich Nationen in eine Föderation reinziehen muss Dann ist halt einmal Ja wie soll man sagen Man verschwendet ja so gesehen einen Zug mit einem Agenten Um rauszufinden ob das jetzt geht gerade oder nicht Scheint auch übrigens wichtig zu sein Die Kontrollpunkte Und ich weiß die Kontrollpunkte sind auf Eine Priorität Ich glaube Wirtschaft Eine Sache hier führt auf jeden Fall dazu Wir haben das Ziel Baut einen Solarkollektor abgeschlossen Mit einem Solarkollektor können wir natürlich Energie produzieren Ja du willst jetzt natürlich Dass ich ein Labor baue Aber Geht ja nicht Weil dafür brauchen wir wieder Boost Und Boost haben wir gerade noch nicht Um ein weiteres Labor hoch Also um ein Labor jetzt noch hochzubringen Solarmodul hat jetzt unseren ganzen Boost erstmal verbraucht Äh wundervolle Revolution Was ist das für ein Hütchen unter dem Solarmodul das bedeutet dass es noch im Bau ist Wir erhalten weitere Benachrichtungen über zurückkehrende Entführungsopfer in der Region äh Guyana Die Infamilien zufolge verhalten sich äußerst seltsam Und behaupten dass die Ainz friedlich wären und nur hier gelandet seien um der Menschheit zu helfen Mission complete Äh die Ainz sind friedlich Wir bringen euch Liebe Brecht ihm die Beine Spanien unter Kontroll von Humanity First und Portugal haben ihre Allianz aufgelöst Weiß nicht mehr in der europäischen Gemeinschaft sind Du hast irgendeine Fe- Irgendwas was dich da auch auffällt Weg damit Ja ja es sind die News die da unten links drin sind Und da ist überhaupt nicht der Forschungsstream Ja das kann auch weg Die Tutorials habe ich am Anfang des Spiels schon alles erklärt was da Sache war Hm Ja ja auch weg Komm mal her Du musst nämlich jetzt ähm versuchen Hier aufzubrechen Und für Angriff auf den Ainz Bestand kann ich gerade nichts machen Ich weiß weiter Wir machen gleich einen Break Dann gehen wir kurz raus Ich will bring down the government Putsch den mal raus Übrigens hier das bedeutet nicht dass der VLC Manager gerade installiert auf der Station Sondern es wird natürlich die Station gebaut Da sehen wir übrigens das andere schon angefangen haben Stationen zu bauen Ja ja es ist alles mein Fehler Ich habe mich für die falsche Region für Boost entschieden Beziehungsweise England ist nicht so gut zum Start Sich da auszubreiten Generell bauen alle irgendwo Stationen Also hötten sie gerne Es geht ja um das erschließen von Ressourcen auf dem Boot Die USA mag mich jetzt mehr oder weniger Und ja ihr wollt gerne ähm Das macht keinen Sinn hier hinten Wir konzentrieren uns weiter auf die USA So aus dir machen wir eine nationale Heldenfigur Was ist die Op? Was ist die Op? Du warst aus den USA oder? Ja Dann sollst du Überzeugung im Heimatland plus 3 haben Das sollte eigentlich die Kampagne verbessern die wir gerade machen Komischerweise übernimmt er es nicht richtig Ich werde versuchen, die Publikum zu spüren Bereit zu gehen Ich bin hier Bereit für meine Mission Wir werden unseren Appell Auf Ihrem Service Bereit für Autos Meine ich aus China Es steht dort dran, dass der Moment Achso, das ist der Standort Ach stimmt, der ist aus China eigentlich Entschuldigung Ich bin in der falschen Region Ich dachte, der wäre aus Amerika Aber wir sehen Selbst so hat der in China keine Chance Ist jemand zu überzeugen Wegen Zensur Höhe Zensur So ein Unsinn China Freiste Land der Welt So, ich kann mir übrigens sicher sein Da ich ein paar Fehler gemacht habe Nicht nochmal zeigen Wie gesagt, es sind alles Sachen, die ich schon erklärt habe Mich stört es nur, dass es die ganze Zeit oben angezeigt wird So, Labor und Sozialwissenschaften abgeschlossen Kann ich hier den Bonus sehen Ja, Biowissenschaften, Sozialwissenschaften und Xenologie Wie gesagt, die Leute Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Aber anscheinend haben sie ein bisschen gedreht an den Einfluss, also an den Umsätzen, die du bekommst. Weil ich hatte, wie gesagt, in meiner Testpartie, wo ich so 10 Stunden gespielt habe, da hatte ich später so viel Einfluss, ich wusste gar nicht, wohin damit mehr. Irgendwann. Anscheinend haben sie in dem aktuellen Bild das ein bisschen angepasst. Wobei, das hilft mir jetzt gerade nicht so viel. Was sagst denn du hier oben? Einrichtung, gelandetes UFO, Habitat, Kriegsschiff oder Armee der Aliens. Erfolgreich angreifen. Das haben wir ja eigentlich auch gemacht. So, 8% nochmal in der öffentlichen Meinung. Hier sind andere Agenten, die zacken natürlich ab. Wir haben das Ziel, zurückgekehrte Entführung befragen, äh, zurückgekehrte Entführung befragen, abgeschossen. Es sind keine guten Nachrichten. Vor zwei Wochen verschwand der Sohn eines hohen Diplomaten in einer unserer Zielregion, als er spät nachts eine Party auf einer abgelegenen Farm verließ. 36 Stunden später tauchte er wieder auf und hatte keine Erklärung für seine Abwesenheit. Seine Mutter war natürlich überglücklich über seinen Rückkehr, jedoch überrascht, als er sich plötzlich für ihre politischen Beziehungen interessierte. Eines unserer Teams vor Ort erhielt den Bericht und beaufsichtigte den Teenager rund um die Uhr. Vor ein paar Tagen folgte unser Team dem Jugendlichen zu einem verlassenen Industriepark, wo dieser ein kleines Paket an einem versteckten Ort hinterließ. Unser Team rückte an, beschlagnahmte das Paket und nahm den Teenager fest. Beim Öffnen des Pakets fanden wir Unterlagen mit Informationen zu verschiedenen politischen Persönlichkeiten und nationaler und internationaler Bedeutung. Der Teenager war nicht bereit, sein Verhalten zu erklären. Sie scheinen kein Einzelfall zu sein. Einige unserer anderen Feldteams haben berichtet, dass Entführte sich auf ähnliche verdächtige Weise verhalten haben. Auch ohne offensichtliche Erklärung. Obwohl es gefährlich ist, zu schnelle Schlüssel zu ziehen, gehen wir davon aus, dass die Aliens irgendwie Einfluss auf die Menschen ausüben, mit denen sie in Kontakt treten und diese Sklaven dazu verwenden, um Informationen über menschliche Einrichtungen und Machtstrukturen herauszufinden, mit dem Ziel, Kontrolle zu gewinnen. Wenn das wahr ist, verfolgen die Aliens nicht nur heimlich einen Plan gegen uns, sondern haben vielleicht bereits fundierte Kenntnisse über unsere Gesellschaft. Wir müssen mehr herausfinden, und zwar schnell. Führe das Projekt Alienaktivitäten durch, sobald du kannst. Zurzeit gibt's das noch nicht. Aber wenn man so anguckt, wie man Nationen verbinden kann, theoretisch, kann das wirklich sein, dass du die ganze Welt verbindest mit den Jahren. In unterschiedlichen Machtnationen natürlich. Boah, ist das erschreckend einfach. Du kommst an die USA einfach nicht ran. Das ging in meinem anderen Spiel auch bedeutend einfacher. Ja, das British Empire muss neu entsendet werden. Targeting the Opposition. Ich würde gerne den UFO-Absturz in Kiew untersuchen. So, aber jetzt machen wir erstmal wieder einen Break, weil ich muss eh mit dem Hund raus und ich möchte auch noch was essen und dann komme ich in einer Stunde wieder, circa oder eineinhalb. Müsst ihr mit leben jetzt. Bis später. So.